Heute ist Sonntag, der 29. September 2024 und damit herzlich willkommen bei jeden Tag ein Ü-Ei. Es ist Sonntag und damit Ü-Ei-Zeit bei unser Sammlerteam und wir öffnen natürlich zum Start in den Sonntag heute das Überraschungsei des Tages. Ich habe heute wieder ein Klassik-Überraschungsei für euch, für alle Fans der Jurassic World Serie. Wir hatten gestern wieder ein Kinder-Joy-Ei mit einer ganz neuen Figur. Schaut euch das Video gerne über die Playliste an. Das sind wirklich auch ganz, ganz tolle Figuren, auch nachtleuchtend, wie gesagt, von Jurassic World Jurassic Park. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Ü-Ei des Tages heute für den 29. September. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Restsonntag. Bis morgen, ihr Lieben. Hier bei jeden Tag ein Ü-Ei. Macht's gut, euer Stefan.